Ja, herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir wollen uns heute einmal anschauen, was denn eigentlich ein Sales Funnel ist und wofür wir den brauchen. Viele von euch kennen das vielleicht aus irgendeinem Buch oder haben das schon mal in einer Uni-Vorlesung gesehen. Und da hört man immer wieder dieses AIDA-Konzept hier, Attention, Interest, Desire, Action, was so eben die Leute durch diesen Verkaufstrichter leitet. Aber das finde ich so ein bisschen abstrakt und ich möchte euch in diesem Video viel konkreter irgendwie erklären, warum man denn jetzt so ein Sales Funnel im digitalen Marketing braucht und warum man den dann auch baut. Am Ende zeige ich euch noch so ein bisschen die Tools und noch ein paar mehr Quellen, wo ihr euch einfach noch weiter darüber informieren könnt. Ja, ich werde euch vor allem den Unterschied erklären anhand von einmal dem Sales Funnel für digitale Produkte und einmal für physische Produkte im E-Commerce, weil da gibt es einen großen Unterschied, was jetzt die Funktion von diesem Sales Funnel dann ist. Ja, wir fangen an mit digitalen Produkten und der eine oder andere kennt das vielleicht, wenn man jetzt einen Online-Kurs verkaufen will, dann kann man nicht hingehen direkt und hier wie dieser Autoverkäufer sagen, hey, komm, jetzt kauf mein Produkt einfach, ich bin doch so toll, kauf das jetzt. Und weil das wird nie funktionieren, weil Leute, die euch nicht kennen, die vertrauen euch nicht und die geben dann schon erst recht nicht 200, 300 Euro aus, um euren Online-Kurs zu kaufen. Deswegen geht man hin und baut eben ein Sales Funnel und der dient eben so einer Kennenlernphase, dass man anfängt Vertrauen aufzubauen, also so ein bisschen Rapport, weil online hat man immer das Problem, Leute können das Produkt nur sehen, die können das aber nicht anfassen, die können das nicht riechen, die können das nicht schmecken und die wissen auch nicht, wer ihr seid und ihr habt da eben nicht die Möglichkeit, wie er hier aus dem Kofferraum zu steigen und die Leute dann einmal ums Auto rumzuführen. Ja, und irgendwie ist das auch ein bisschen creepy hier und so will man ja auch nicht angesprochen werden. Deswegen geht man hin und baut eben hier so einen ausgeklügelten Sales Funnel. Ich habe das jetzt mal hier Webinar Funnel genannt, weil meistens am Ende will man ja dann diesen Online-Kurs verkaufen und oft gehen die Leute dann hin, zeigen eben eine Werbeanzeige in Form von Video auf Instagram, Facebook oder YouTube oder hier auch auf Google und Leute klicken dann drauf und landen erstmal auf so einer sogenannten Opt-in-Seite. Das heißt, die geben erstmal ihre E-Mail ein. Ich habe hier eine selbst mal gebaut, das könnt ihr sehen zum Beispiel. Ich baue jetzt gerade hier an einem Online-Kurs, lerne wie du deine eigene Webseite erstellst und Besucher neue Kunden verwandelst im Website Coach Online-Kurs für Selbstständige und Unternehmer. Und hier das Ziel dieser Seite ist halt einfach nur die E-Mail einzusammeln, damit Leute ihre E-Mail hier eintragen und im nächsten Schritt würden die dann ein Video sehen, eben das Webinar, was so ein bisschen ein Vorgeschmack auf diesen Online-Kurs ist. Und darüber können die mich dann kennenlernen und zwar geben die dann erst die E-Mail ein und dann sehen die sich ein 30-minütiges Webinar an. Da sehen die dann mich, wie ich so bin und ob ich denn auch weiß, wovon ich rede. Und am Ende von diesem Video zeige ich denen dann eben noch kurz diesen Online-Kurs und leite die dann eben auf die Sales-Page von diesem Online-Kurs weiter, wo die dann den Online-Kurs kaufen können. Ja und das Ziel in diesem Sales-Funnel ist eben das Vertrauen aufzubauen und man nennt das hier so Micro-Conversions. Das könnt ihr euch im Hinterkopf behalten, immer als Stichwort. So ein Sales-Funnel dient immer so gewissen Micro-Conversions. Und zwar hier am Anfang ist es halt super leicht, so eine E-Mail, die kann man mal abgeben. Man weiß, wie man sich aus einem Newsletter auch wieder austrägt. Damit haben die Leute jetzt nicht so viele Probleme. Wenn ich jetzt aber hingehen würde und sagen würde, hier, kauf meinen Online-Kurs für 500 Euro und die Leute kennen mich gerade seit einer Minute oder haben gerade mal irgendwie auf eine Werbeanzeige von mir geklickt, dann gehen die halt nicht hin und kaufen das. Deswegen muss man denen erstmal immer ein bisschen was for free geben in so einem Webinar und dann gleichzeitig zeigen, dass man es eben drauf hat und damit die Leute dann eben Vertrauen aufbauen und dir dann auch eben glauben, was du hier auf dieser Sales-Page sagst. Ja, das wäre für digitale Produkte der Sales-Funnel. Also man wärmt diesen Traffic, also Traffic sind die Leute, die von den Werbeanzeigen kommen, immer weiter auf und die gehen dann hier durch, kaufen dann den Online-Kurs, vielleicht kaufen sie noch den zweiten Online-Kurs, den dritten Online-Kurs und so baut man eben diesen Sales-Funnel auf. Ein ganz wichtiger Aspekt von Sales-Funnels ist, dass man eben auch Verluste hat. Also wenn man so eine Werbeanzeige direkt auf eine Verkaufsseite verlinken würde, da hätte man, glaube ich, so ziemlich die größten Verluste, aber so ein Sales-Funnel hilft halt dabei, die zu minimieren. Dennoch hat man trotzdem Verluste, zum Beispiel, wenn wir jetzt von einer Werbeanzeige von Instagram die auf die Landingpage leiten, da springen schon mal 20% erstmal ab, die kommen überhaupt nicht auf dieser Landingpage an. Ihr kennt das, ihr klickt auf eine Werbeanzeige, das dauert dann vielleicht auf dem Handy zu lange zu laden und dann schließt ihr die Seite einfach wieder, das nennt man Bounce Rate und die Leute bouncen dann quasi einfach wieder weg von der Seite und landen erst gar nicht auf eurer Seite. Dann, wie eben, auf dieser Seite müssen die eben noch ihre E-Mail eingeben, das machen dann vielleicht auch nur ein Drittel der Leute, also 30%, die melden sich zu diesem Webinar an. Dann in diesem Webinar müssen erstmal die Leute überhaupt hinkommen zu diesem Webinar, die müssen sich das bis zum Ende angucken, damit die überhaupt hören, dass ich einen Online-Kurs zu verkaufen habe und von denen landen dann vielleicht auch nur 60%, wobei das schon sehr positiv geschätzt ist, landen dann eben auf der Verkaufsseite von diesem Online-Kurs und von diesen 60% kaufen nur 10%, so dass am Ende vielleicht 1-2%, also rechnet er mal mit 1%, dann eben diesen Online-Kurs kaufen. Und das ist so ein bisschen das hart verdiente Brot vom digitalen Marketer. 1-2% Conversion Rate ist tatsächlich eher normal und ich habe selten eine von 4 oder 5 gesehen bei so einem Funnel. Deswegen stellt euch darauf ein, das hart verdientes Brot am Ende und deswegen braucht man eben diesen Sales Funnel und eben auch ein Tool, was optimiert ist auf Conversions, damit man eben das meiste aus diesem Traffic, aus diesem teuren Traffic, den man ja von Werbeanzeigen hier einkauft, eben rausholt. Ja, Stichwort mehr rausholen, also einen gewissen Mehrwert schaffen. Ein Hauptaspekt und jetzt kommen wir zu dem Sales Funnel für physische Produkte, ist eben der sogenannte Upsell, dass man eben versucht, einen Mehrwert zu schaffen durch Upsells oder Cross-Sells. Das beliebteste Beispiel ist immer McDonalds. Wenn ihr zu McDonalds geht, ich hoffe, da geht ihr nicht zu oft hin, ich war da jetzt ewig nicht mehr. Ja, wenn ihr zu McDonalds geht, dann bestellt ihr einen Burger und für diesen 1 Euro oder was das kostet, 1,50 Euro, da verdienen die halt nichts dran. Und deswegen geht McDonalds hin und sagt so, do you want fries with that? Und das ist dann so ein typischer Cross-Sell, dass man halt hingeht, okay, ihr habt hier den Burger und dann könnt ihr das noch im Menü kaufen und dann kriegt ihr noch Cola und Pommes dazu und Cola und Pommes kostet McDonalds original nichts wahrscheinlich und dann machen die halt ihr Geld. Und das ist so ein bisschen der Aspekt von einem Sales Funnel auch, dass man hingeht, man hat dieses initiale Produkt und man möchte eben noch ein weiteres dazu verkaufen, damit eben der durchschnittliche Verkaufswert, also der durchschnittliche Warenwert, Average Order Value, bei euch im Shop dann eben steigt. Ja, Erfinder ist so ein bisschen McDonalds, das ist immer so dieses Beispiel, auch wenn ich jetzt kein großer McDonalds-Fan bin, aber dieser Spruch, do you want fries with that, ist häufig im Marketing verwendet. Ja, hier seht ihr zum Beispiel jetzt mal den Produktfunnel von so einer Kaffeemarke. Hier würden wir jetzt den Kaffee verkaufen wollen und hier ist es halt super einfach, eben diesen Kaffee zu verkaufen, weil da kann man irgendwie die Sinne ansprechen, man kann das cool darstellen und so ein Kaffee kauft sich halt mal auch mal eben einer, um eben einfach was Neues auszuprobieren. Aber das Problem bei so einem Kaffee ist halt, der kostet halt vielleicht 8, 9 oder 10 Euro und wenn so eine Werbeanzeige, also man nennt das bei Facebook oder Google CPA, also Cost Per Acquisition, also wie viel man pro Kunde zahlt und das kann schon so bei 10, 20, 30 Euro liegen, je nach Produkt, beziehungsweise je nachdem, wie schwer sich das Produkt verkaufen lässt und da merkt ihr schon, ich kann euch das gleich mal hier auf dem Whiteboard zeigen, dass das Produkt, das hier da Verlust macht, weil der Kaffee kostet 10 Euro und die Werbeanzeige kostet 20 Euro und schon seid ihr 10 Euro in den Miesen. Ich habe das hier mal so schön aufgezeichnet und zwar, wenn ihr jetzt da, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Facebook-Ad macht auf euer Produkt, wir nehmen jetzt einfach mal an, ihr würdet jetzt hier irgendwie Kaffee verkaufen für 12 Euro und diejenigen, die das schon mal ausprobiert haben, bei Facebook, CPA, Cost Per Acquisition, also das ist im Endeffekt, wie viel man zahlt pro Conversion, also pro Kunde, der irgendwas kauft und die kann relativ hoch sein, also die ist auf jeden Fall meistens über 10 Euro, kann hoch bis 30, 40, 50 Euro gehen. Ich habe jetzt hier als Beispiel mal irgendwie 14 Euro angenommen, weil ich das realistisch finde, wenn man eben irgendwie versucht, Kaffee zu verkaufen. Das heißt im Endeffekt, dass man 14 Euro ausgeben muss, damit einer dann am Ende einen so eine Tüte Kaffee kauft bei Facebook, weil man konkurriert ja auch eben mit anderen Firmen, die teurere Produkte verkaufen und da kann halt hier die Cost Per Acquisition hochgehen. So und jetzt seht ihr auch direkt auf einen Blick, was euer Problem ist hier. Ihr kauft den Werbeplatz für 14 Euro ein und wollt Kaffee für 12 Euro verkaufen. In Summe macht das dann minus 2 Euro und ihr habt Verlust gemacht. Dann würdet ihr jetzt hingehen und sagen, nee, Facebook-Ads machen überhaupt keinen Sinn für mich. Ich lasse das und versuche das eben irgendwie anders. Und jetzt hilft euch eben an dieser Stelle der Sales Funnel. Und zwar würde man jetzt hingehen und einfach den Kaffee verkaufen und während man den Kaffee verkauft, platziert man hier einen sogenannten Upsell. Und zwar könnte ich ja jetzt einfach hingehen und sagen, okay, du kaufst hier gerade deinen Kaffee. Wie wäre es denn jetzt hier irgendwie mit so einer Glaskaraffe dabei, wo du eben deinen Kaffee drin servieren kannst. Und zu dieser Glaskaraffe kann ich dir dann eben auch noch hier so einen Kaffeefilter mit anbieten, aus Porzellan. Und in diesen Kaffeefilter musst du natürlich auch noch richtige Kaffeefilter aus Papier reintun. Damit das Ganze dann auch professionell wirkt, kann ich dir dann hier noch irgendwie eine Kanne dazu verkaufen. Und es gibt ja diese Kupferkannen oder so. Sorry, ich male das mal so. Genau, und dann gibt es hier noch diese Kupferkanne und vielleicht irgendwie noch eine Bürste dabei. Und was man eben noch so braucht, um diesen Kaffee zu bereiten. Und jetzt könnte ich sagen, okay, für 40 Euro bekommst du eben noch hier diese Kaffee, den Trichter dabei und noch diese Kanne aus Kupfer und noch so ein bisschen Equipment. Und das ist ein Kaffeeset, dann eben 40 Euro. Und jetzt siehst du hier, dann wird die Rechnung nämlich eine ganz andere. Dann haben wir 14 Euro ausgegeben für die Ads, haben 12 Euro am Kaffee verdient, sind noch bei minus 2 Euro. Aber wenn jetzt zum Beispiel, ja, ungefähr 15 Prozent hingehen und eben noch dieses Upsell kaufen, dann machst du bei diesen 15 Prozent eben noch 38 Euro. Klar, jetzt abzüglich von Produktkosten und allem, aber ihr versteht das Prinzip dahinter. Man ist dann auf einmal hier irgendwie in der Gewinnzone und hat dann 38 Euro verdient. Und vorher hat man eben Verlust gemacht. Deswegen würde es sich eben anbieten, bei physischen Produkten, die jetzt einen kleinen Produktpreis haben, würde es sich eben anbieten, so ein Sales Funnel zu implementieren, damit man halt hinbekommt, dass eben mehr und mehr Leute dann diesen Upsell nehmen und dann das größere Paket sozusagen kaufen. Und deswegen geht man hin und baut so ein Funnel, dass man eben so mit dem Kaffee so ein bisschen lockt und dass man dann eben versucht, den Leuten noch über so ein Upsell, eben eine Kaffeemühle zum Beispiel oder hier so eine Kaffeemaschine zu verkaufen, dass man eben versucht, pro Kunde, ja, dass der mehr Geld ausgibt, damit eben eurer Average Order Value steigt. Wichtig hier, das muss auch nicht in einer Session passieren, also der kann auch erstmal den Kaffee kaufen und begeistert davon sein und dann könnt ihr eben über E-Mail-Marketing auch hingehen und den immer wieder kontaktieren und dem neue Angebote für alles rund ums Thema Kaffee anbieten. Deswegen, wenn ihr jetzt irgendwie ein Business habt, ist es immer wichtig, euch zu überlegen, wie kann man jetzt diesen nächsten Schritt gehen? Also wenn ihr das erste Produkt kauft, was kann ein zweites Produkt sein? Ein Konzept, das zeige ich euch jetzt, was euch dabei hilft, ist die sogenannte Value Ladder. Ja, frei auf Deutsch übersetzt ist das die sogenannte Mehrwertleiter. Ja, sorry, im digitalen Marketing gibt es halt die meisten Begriffe einfach nur auf Englisch. Die heißt Value Ladder und die ist, weiß nicht, ob der die erfunden hat, aber von dem Tool, das zeige ich euch gleich auch noch, ClickFunnels, das ist so die Mutter aller Sales Funnel Softwares, die findet ihr auch unten in der Beschreibung, das zeige ich euch gleich in Ruhe. Und der hat das so ein bisschen erfunden, eben diese Value Ladder. Und ihr müsst da hingehen und gucken, okay, ich habe mein initiales Produkt und wie kann ich jetzt einen gewissen Mehrwert schaffen? Und der hat das ganz clever gemacht, zum Beispiel, er fängt an mit einem freien Webinar, wo man erstmal ihn und seine ganze Unternehmung kennenlernen kann. Und dann geht er hin und sagt, okay, ich habe hier so ein Buch, der hat auch tatsächlich drei Bücher und die kriegt man dann irgendwie für 10 Euro auch, also oder 10 Dollar kriegt man die dann zugesendet. Und ja, wenn man dann das Buch gelesen hat, sich das Webinar angeguckt hat, dann ist man ja so ein bisschen vertraut mit ihm und seiner Marke. Und dann hat er zum Beispiel noch so eine 30-Tage-Challenge, wo man dann hingehen kann und für 100 Dollar, ja, so eine Art Mini-Online-Kurs sich kaufen kann. In dem Kurs er dann unter anderem auch zeigt, wie die Software funktioniert, also Clickfunnels. Und die Software kostet dann 97 Dollar. Und das geht dann so weiter, davon gibt es noch eine Premium-Variante, die kostet 297 Dollar. Dann machen die so Live-Events, die kosten, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Dollar. Und das geht sogar hoch, das hat er mal in dem Video gesagt, bis zu einer Million. Das ist dieses Agentur-Modell. Da würden die dann hingehen und für jemanden, also für eine Firma, einen eigenen Sales-Funnel bauen. Eben dieser Agentur-Modell. Also die machen die Werbeanzeigen, die bauen den Sales-Funnel, die schreiben die E-Mail-Vorlagen und alles drum und dran und nehmen da bis zu einer Million Euro, je nach Größe von dem Projekt. Ja, und hier seht ihr so das beste Beispiel dafür, vom Erfinder sozusagen von so einem Sales-Funnel. Dieser Aspekt von, dass ihr eben versucht, immer einen Mehrwert zu schaffen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt von eben so einem Sales-Funnel, dass man immer drüber nachdenkt, wie kann ich denn auf den nächsten Schritt kommen, um dann eben noch einen höheren Einkaufswarenwert zu erzielen. Ja, das klingt jetzt so ein bisschen nach Schneeballsystem, aber wie ihr gerade gesehen habt, ist es halt im Online-Marketing super ätzend, weil man sehr viel Geld für YouTube, Facebook-Werbung ausgibt und man kann kleinere Produkte wie Kaffee dann kaum verkaufen, wenn man nicht sicherstellt, dass man eben noch mehr Sachen darüber verkauft, weil man sonst einfach keine Gewinnmarge hat. Deswegen gehen zum Beispiel auch Kaffeehersteller hin und die bieten dann immer diese Kaffee-Subscription an. Ihr kennt das, wenn man kauft einen Kaffee und dann kriegt man im nächsten Monat wieder einen neuen Kaffee zugeschickt. Da gibt es einige Startups in Berlin, die das machen. Ja, und genau aus dem Grund machen die das. Die können euch nicht eine Werbeanzeige zeigen und dann profitabel sein, sondern die sind darauf angewiesen, dass die eben noch ein zweites und ein drittes Produkt verkaufen. Und wenn ihr jetzt hier gerade beim Kaffee-Startup seid, dann kann ich euch eben empfehlen, verkauft nicht nur den Kaffee, versucht noch diese Upsells-Varianten zu machen, weil wenn jemand bei euch dann die Kaffeemaschine kauft für 800, 900 Euro, dann natürlich habt ihr in dem Moment wirklich richtig viel Geld damit gemacht und dann lohnt es sich auch eben hier Platz für Werbung auszugeben. Ja, wie vorhin angesprochen, die Software, die ich euch da empfehlen kann, ist ClickFunnels. Es gibt andere, Kajabi, Kartra, Builderall, aber die habe ich mir alle angeguckt, finde ich nicht so toll tatsächlich. Und der Vorteil hier, ClickFunnels hat es mehr oder weniger in die digitale Welt getragen, das Konzept, und für mich auch irgendwie erfunden. Und er hier, das ist der Gründer davon, und er hat halt super viele Videos dazu, wie das so funktioniert. Und ihr seht hier allein an der Landingpage von denen, dass das halt wunderbar gemacht ist. Also die haben es halt drauf mit dem Verkaufen. Ihr könnt das 14 Tage lang kostenlos testen. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Nachteil ist, dass ihr nicht nur eure E-Mail, sondern auch eure Kreditkarte da angeben müsst. Das ist so ein bisschen normal geworden im Software-Bereich, weil die dann eben auch gucken müssen, dass die die Leute dann upgraden. Aber ihr könnt das dann auch jederzeit wieder einfach im Member-Bereich hier canceln. Ja, ich habe mich für das andere Tutorial mal hier angemeldet. Das ist jetzt nicht mein Account, weil ich jetzt nicht meine Zahlen hier einfach zeigen möchte. Aber hier könnt ihr dann einfach auf Build a Funnel. Kommt ihr auf diese Seite und da leitet ihr euch dann so ein bisschen durch, wie man hier eben so ein Sales-Funnel aufbaut. Ihr könnt das auch wegklicken und dann seht ihr hier alle Sales-Funnel auf einen Blick. Und da könnt ihr dann draufklicken. Und dann geht er hin und erklärt euch auch so ein bisschen, wie so ein Sales-Funnel-Letter jetzt hier aufgebaut ist. Dann habt ihr hier die Vorlagen. Hier habt ihr noch so Premium-Vorlagen. Ja, das zeige ich euch in einem anderen Video. Das verlinke ich jetzt mal hier oben und auch am Ende von diesem Video. Da gucken wir uns dann so ein bisschen diesen technischen Aspekt an und wie wir eben mit Clickfunnels einen Sales-Funnel aufbauen können. Wenn ihr jetzt sagt, okay, so weit bin ich noch nicht. Ich möchte erst noch ein bisschen mehr darüber lernen. Dann hatte ich euch ja eben schon hier dieses Buch empfohlen, .com Secrets. Das hat er halt hier geschrieben, wo es darum geht zu Verkaufspsychologie online, wie das so funktioniert. Aber wenn ihr jetzt so seid wie ich und keinen Bock habt zu lesen, dann gibt es hier auch noch so eine 5-Tage-Challenge. Da kann man eben hingehen und sich dann ja in so einem 5-tägigen Online-Kurs, der ist for free hier tatsächlich, hingehen und da zeigt er einem, okay, wie kann man Leads generieren, wie baut man dann so einen One-Pager auf, so eine Verkaufsseite, wie baut man dann einen ganzen Funnel daraus und sogar noch Follow-up-Funnels, also mit E-Mail-Marketing noch dabei und wie du dann am Ende deinen eigenen Funnel dann live nimmst und verkaufen kannst. Ja, das verlinke ich euch alles unten mal in der Beschreibung. Ich finde es auf jeden Fall ganz cool. Ich habe mich jetzt selbst hier zu dieser 2-Club-Live-Event, so einer virtuellen Konferenz angemeldet, weil ich einfach finde, die haben es halt irgendwie drauf. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt erstmal geholfen, grob zu verstehen, warum man überhaupt so ein Sales-Funnel macht. Probiert es mal aus. Allein dieses Mindset zu kriegen, dass ihr nicht nur ein Produkt verkauft, sondern eine ganze Reihe von Produkten, hilft auf jeden Fall dabei. Und ja, viel Spaß dabei und bis zum nächsten Video.